Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal StunnoGaming und heute springen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Lego Jurassic World. Und ich würde sagen, wir springen hier direkt mal rein. Ah, wir greifen mal die Scheiße. Dann ist ja nicht ganz so schlimm. So. Digga. So. Okay. Einen Moment. Oh, endlich. Die Kamera ist mal wieder besser. Ich glaube nicht, dass ich mit dem Messer da durchhacken kann. Erstmal hier alles kaputt machen, weil Leute, wir müssen ja erst mal zu 100% durchgehen. Was wir eh nicht schaffen werden. Aber ja. Okay, das können wir nicht benutzen. So, jetzt muss die Frau hier mal ran. Boah. 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 Scheiße. Boah. 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 Wie geht gefährlich aus? Gut. Das soll es auch. Dieser hat einfach eine Kinnonsäge gebaut. zack 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 und endlich Lev luck tief огic пока Peter Perfekt. Jetzt aber. Cool. So. ja ich weiß was da oben ist klar was macht sie hier ach so damit ich das abhauen ich weiß jetzt schon dass da irgendwas irgendwo kommt weil da ist was schwarz ist ja ist so eingeschränkt da unten so wer will jetzt da drauf haben sie schnell Naja, jetzt wieder runtergesprungen. Ey, warum denn immer bei mir? Ich versuch's. So. Komm, wieder rüber. Ach ja, der kommt da auch wieder raus. Was ein Wunder. Ähm, ja, auch gut. Moin. Also er weiß anscheinend, wo ich bin, weil, guck, er sieht mich ja, oder, oder? Oder, oder habe ich Herz gehabt, oder? Zack, da bin ich wieder. So. Hallo, Bauern, bitte. Werfen wir den stärksten Willen mit ab. Oh, da ist noch ein Arcade. Ähm. Alles klar. Na, jetzt komm ich da oben nicht mehr hin. Aade? Schade. Wie gut sind Sie im Limbo? So. Zack, zack, zack. Ey, ich hab alles eingesammelt. Das kann wahrscheinlich nur der Kollege machen. Ne, jup. Hier kann ich aber irgendwas machen. Ja, da kommst du auch wieder durch. Oh. Da bin ich kaum nicht gestorben, ne? Nee, 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 nee. Moin. Na, jetzt durch die Scheibe durch, ne? Die sind jetzt einfach blue. Warum hängt das jetzt so? Wie die ACU. Die sollen alles schicken, was sie haben. Lowry. Wir haben sie. Südlich des Gyros Ferentans. Moment. Folgen Sie dem Sauger? Ja. Schicken Sie die ACU dorthin. Mhm. Sperre, wie? Level abgeschlossen. Freies Spiel freigeschaltet. Folgen Sie dem Dinosaurier? Fragezeichen. Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abonnenten, ein Kommentar. Schaut außerdem auf meinem Disco selber vorbei. Der ist unten in der Video schon verliebt. Macht die Videokolle, damit ich kein Video mehr verpasse. Habt noch mal Vertrag. Haut rein. Leute, euer Sando. Ciao. Ciao. Ciao.